Zweit Giuseppe Für feindliche AI-Jugend Säugern 2013 begrüßt mit mir die HSG Badenstädter und Borussia Dortmund! Zeit die beiden Mannschaften vorzuschreiben! Wir beginnen mit Borussia Dortmund mit der Nummer eins, Eraldin Lemke! Die Nummer fünf, Hannah Kuhnbach! Mit der Nummer sechs, Katharina Rückweitz! Mit der siebene Lena Schulz! Die neun, Alicia Stolleck! Mit der 31, Caroline Molle! Die Nummer 11 Katharina Moll Mit der 12 Juliana Stiefest Mit der 14 Kathrin Bochammer Mit der Nummer 15 Luisa Steinhof Die 22 Pia Kremmer Mit der 10 Lena Silvers Die 33 Amalie Klippert Und die Nummer 2 Lara Blumheft Trillerin Erwanter Dostdort und Matthias Wagen Die HSG Wagenstedt spielt in Folgeaufstellung Mit der Nummer 2 Anika Holledag Mit der Nummer 10 Entschuldigung Mit der 07 Lena Seehaus Die Nummer 4 Leonie Neudorf Die Nummer 1 Marlene Sierholz Mit der Nummer 11 Müsell Schiefer Die Nummer 3 Saskia Rast Die Nummer 14 Lina Wagenlader Die Nummer 16 Lina Skipper Die Nummer 5 Kastrin Pissemeyer Die 15 Janiker Basler Und das war die 23 Leonie Schneider Die Nummer 3 Und das war die Nummer 3 Und das war die Nummer 5 Kastrin Pissemeyer Die Nummer 3 Sierholz Die Nummer 3 Sierholz Hier sind die Nummer 3 Kastrin Pissemeyer Die Nummer 4 Kastrin Pissemeyer Danke, Leute. Steine Levin, die einen Mannschaften. Strong-Motions auf dem Jesus. Das war ein. Da war es. 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 Das war's. Und damit kommen wir zur Sieger-Ihrung-Saharan-Kampf-2013. Bevor wir soweit sind, gilt es, ein paar Leuten zu danken bei diesem Turnier. Und zwar... Und zwar... Und zwar...